Mit dem Beginn des Kinozeitalters im 19. Jahrhundert begann auch die Entwicklung des sogenannten Arthouse-Films. Dieser beruhte auf Werke von Dramaturgen, womit man also auch den Begriff des sogenannten Autorenkinos ableiten und somit gut erklären kann. Dies bedeutet also, dass solch produzierten Filme vorrangig vom Autor selbst geprägt sind, da er sich zumeist neben seines geschriebenen Originalwerkes eben auch als Drehbuchautor, Regisseur und des Öfteren auch selbst als Produzent verantwortlich zeigt. Anders als beim gewohnten Hollywood-Kino, welches die Masse bedient und auf kommerzielle Erfolge gerichtet ist, ist das sogenannte Arthouse-Kino darauf bedacht, intellektuell hochwertige Filmkunstwerke zu produzieren, wobei die Betonung wahrlich auf dem Begriff Kunst liegt, die darauf verzichten, sich der typischen Mainstream-Filmeffekte zu bedienen und somit auch nicht vorrangig den kommerziellen Erfolg ins Auge fassen. Aus diesem Grunde auch entstanden in den USA ab den späten 1920er Jahren sogenannte Arthouse-Kinos, welche ab den 1950er Jahren einen regelrechten Boom erlebten, da man ab diesem Zeitpunkt verstärkt Autorenfilme immer mehr zu wertschätzen begann. Dort wurden dann in erster Linie unabhängige sowie europäische, ebenso wie Avantgarde-Produktionen vorgeführt, zu welchen sich mit der Zeit immer mehr akademisch Gebildete hingezogen fühlten. Und wer von euch ein wenig auf cooles Film schon gestöbert, wird hier und da Filmempfehlungen mit dem rechten Hinweis Filmverleihstudio-Kanal Label Arthouse von mir vorfinden. Dieses Label Arthouse ist beispielsweise ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn es darum geht, besonders seltene, heutzutage im TV so gut wie gar nicht mehr ausgestrahlte Filme, sprich Klassiker, großer Bedeutung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern sie dem Publikum zugänglich zu machen.